Ja, für mich war es ein Wahnsinnsgefühl natürlich, nach so langer Zeit mal endlich wieder auf dem Platz zu stehen und dann auch noch im Bundesligaspiel bei so viel Spielzeit. Ja, war für mich auch ein Gänsehautmoment, wo alle applaudiert haben. Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass der Trainer mir auch Vertrauen gibt, auch gerade nach so langer Zeit, wo ich nicht gespielt habe, dass er mir so eine, sag ich mal, große Aufgabe gibt, bei so einer Führung, knappen Führung, ja, fand ich schon gut. Ja, für mich war es überhaupt erst mal wichtig, wieder zu sehen, dass ich das überhaupt noch richtig kann. Man zweifelt ja ein bisschen an sich selber auch nach so langer Zeit und ja, nach der ersten Aktion war es eigentlich alles weg und ich konnte frei aufstehen. In den 17 Minuten ist viel passiert, für mich natürlich gut, vielleicht mit der Schulter nicht ganz so, aber ja, im Grunde genommen ist da jetzt auch nichts Schlimmes passiert. Ich merke schon ein bisschen noch, aber es ist jetzt auch seit gestern eigentlich auf dem Weg der Besserung und ja, es wird jetzt immer besser gehen, denke ich.